Hallo und herzlich Willkommen zum Let's Play Together Portal 2. Das lang erwartete Portal 2. Mit Swartberg und Redwood. Swartberg sitzt von euch ausgesehen rechts. Und Redwood wie immer links. Warum reden wir so komisch? Weil die Musik leise ist. Und es ist eh köchig. Was ist darauf hinweist, dass es etwas... Naja, ich sag einfach mal mystischer wirkt. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich würde es einfach mal so bezeichnen. Ja, okay. Jetzt sind wir aber wieder normal. Wir spielen natürlich den Code-Modus. Ach ja, wir spielen nochmal Playstation 3. Geteilt. Natürlich warten. Start. Plupp. Hab ich jetzt richtig gedrückt? Ich kenn mich mit dem Quatsch nicht aus. Ja, erscheinend aber richtig zu sein. Ich weiß, auf dem Computer ist es noch viel komplizierter. Nee, halt. Steam ist natürlich ganz einfach. Aber ja, Playstation 3. Ja, dann kannst du auch... Die Papierchen auf. Willst du auch noch eins? Oh, warte mal. Ist jetzt noch gefüllt. Das sieht leer aus. Kriegst du noch eins? Ja, plupp. Eins. Und ich noch eins. Und ja, achso, das ist eigentlich schon. Dann haben wir nur noch Meht. Ach hier, jetzt noch eine Flasche. Nur noch die Mehten. Willst du einen Schluck? Nee, war natürlich ein Witz, wenn ich keinen bekommen habe. Wo ist der Öffner? Wer hat der Öffner? Den habe ich doch. Ach, hier liegt der. Neben der Kamera natürlich. Oh, was für eine Lampe kannst du? Noch einmal? Ey, meine Lampe! Oh, 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 oh. Es geht los. Ach, schön. Gehst du? Ja, wir haben ein kleines Malhörchen. Wieso denn? Wir fangen nicht von vorne an. Wie jetzt? Wir fangen nicht von vorne an. Wir fangen mit dem Donner. Egal, komm. Also, ich sag mal so, wir haben das schon mal gespielt miteinander. Auf jeden Fall. Das ist aber schon echt die ganze Welt. Stimmen fünf, sechs Wochen. Aber egal, wir können auch so von vorne beginnen. Moment, wie ich jetzt? Ach, ich bin rechts. Geh mal her, denk. Ah, nee, ich bin rechts. Ja, nee, ich bin rechts. Jetzt bin ich rechts. Ja, jetzt bin ich rechts. Genau, jetzt bist du langer und blob, genau. Bin langer. Jetzt bin ich sehr kleiner. So, das heißt, wir müssen jetzt... Ja, wie gesagt, wir haben da schon ein paar Sachen beigespielt. Es ist halt doof, dass wir jetzt nicht so von vorne beginnen können. Was zur Hölle? Warte, warte, warte. Das ist das Wichtigste. Hey, wie kannst du das aktivieren? Ach, kacke. Ich weiß doch, bei der Computerversion... Genau. Hurra! Nein! Hurra! Hui! Mach's gut! Mach's gut! Ach, da konnte man's einstellen, dann ist gut. Also fangen wir jetzt von ganz von vorne an. Richtig! Hurra! Jubel, ey, ey! Nein! Nein! Mach's gut! Tschüss! Ach, ich bin so lustig, dieses Viehchen. So, dann muss ich sagen. Prost auf... Das war die Lehre. Ach, du Depp. Wo hab ich meine vorne? Da steht daneben. Prost! Prost! Hallo! Diese Feststrecke wurde ursprünglich für Menschen erstellt. Hier geht es um Teamarbeit. Im Gegensatz... Stirb! 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 Ich hab's du! Stirb! 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 Okay, dann. Alles klar. Okay, ist die Ordnung. Stirb! 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 Bleib einfach nach stehen. Stirb! Jetzt kann ich so durchgehen. Stirb! 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 Willkommen zu holen die Ehebräufe Goethe Korb Stürkopf Sassen und er ist wichtig muss sich auf Plattformen drüben, hier auf diesen Schalter, wo du eben, ja, stelle ich mal das nach vorne. Achso, irgendwie so klar. Du musst hier... Achso, ich muss mich hier drauf stellen. Und du erstellst einfach mal zwei Portale. Ja, wo? Keine Ahnung. Warte mal. Hier müsste ich dich doch sehen, irgendwo. Ne, pass mal auf ihn. Komm mal raus. Komm mal ganz raus zu mir hier. Ja, dann musst du aber da rüber... Ne, du kannst doch einfach das Portal durch. Achso, stimmt eigentlich. So, pass mal oben. Du erstellst jetzt genau hier ein blaues Portal. Blob. Ich mache das hier jetzt durch. Ja, fair hier. Und du erstellst jetzt dort ein blaues Portal neben dem roten, wo ich jetzt eins habe. Ja, an der anderen Wand wäre es auch in Ordnung gewesen. Verdammt. Warte, warte, mach nochmal auf. Ich muss hier noch... Nein, 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 mach nochmal auf. Ja, was denn? Ich erstell jetzt hier eins. Mach nochmal... Öffne mal die Tür. Hier auf den Schalter. Ja, ich habe jetzt aber... Oh, drück doch mal einfach auf den Schalter. Ach nee, halt. Nee, nee. Ach, ich kann nur... Lass doch, lass doch. Bleib auf dem Schalter einfach stehen. Gut, bist du. Alles klar. Ja, weil ich fällt. Ja, du musst... Das ist halt los. Dann, äh, und am Anschluss habe ich, also das heißt, ich müsste ein rotes machen. Okay, ich stelle mich jetzt hier auf den Schalter. Du läufst durch. Durch dein... Lauf mal durch. Warum bist du jetzt bei mir? Lauf durch das... Nein, du hast doch da... Die Tür ist doch offen, verdammt. Das ist auch eine Tür. Nein! Geh zurück. Jetzt laufe ich daneben dran. So, mach doch mal ein Portal in die Wand. Ah, hier, da von vorne. So, ist das irgendein blaues? Ja, nee. Doch, warte. Nee, das ist okay, ich komm durch. Ach so, ja, du kommst toll. Weil, bei dem Blauer Held, Kollaborationspunkt. Wer hat denn alle Scheiße gemacht? Ja, ich war das. Ne? Aber es ist grüßig, du bist du nur dumm. Meine Fräse, ich löse hier jegliches Rätseln. Mach alles perfekt und kriege ich nicht mal Anerkennung. Ey, ich glaub's ja wohl nicht, ne? Das ist ja hier voll die Orange. Du bist halt ja lange geludert. Ja, im Spiel. Stimmt, ich bin echt groß. Ach, kommt, geht fünf Zentimeter lang. Ah, ja, ja, klar. Wenn wir mal deine Haare nach oben gehen, weil du erst größer. Ja, kommst du. Ja, kommst du. Okay, ich hab' gewonnen. Blopp. Und... Ich glaub ich spinn. Da kriegst du einfach Punkte für die gleichste Scheiße der Welt. Ja, komm, geht heut. Ja, dann machen wir auch. So, wir müssen so ein Portal so schnell gehen. Was hab ich da? Ein rotes auf dem Boden, gell? Okay. Ey, 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 ey. Das ist das rotes, ja. Dann geht das Rote durch. Bob. Steht mal gegen mich. Yay. Wir haben's geschafft. Ja. Heilige. Okay, jetzt müssen wir vier Dinge anmachen. WTF. Okay, du gehst, du nehmst die linke Seite. Nee, andersrum. Ich nehm die rechte Seite. Ich will die rechte haben. Ja, ja, ich hab' die rechte auf alles. Und du würdest sagen, ob ich hier noch ein Ding sind? Ja. Mach's genauso wie ich. Da eins und nehm' dir eins. Genau. Bloop. So und dann drückst du auf den Knopf hier. Ehh. Und dann läuft der durch. Und dann drückst du mal auf den Knopf. Ehh. Dann ist ja irgendwo was runterkommen. Ha, ein Ball! Hehh, hehh, hehh. Wo ist er? 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 Da ist er? Da ist er angelegt. Also, hau mal ab. Geh mal außen weg. Gib mir die Kugel. Ne, gib mir bitte nicht die Kugel. Gib mir diese Kugel. Wir sind so gut. Ja, ne. Das ist nicht von euch. Der scheinbar die ganze Arbeit überlebt. Danke schön. Halt die Klappe. Also würde ich dir nicht alles vorsagen, ja? Ja, egal. Ich meine, ich meine, das ist jetzt alles wirklich nur geschlussfolge und ich habe das auch noch nicht gespielt. Na gut, und... Da hat man schon mal gespielt. Ja, ich würde gerade sagen, bis hier waren wir schon, ne? Bis nächstes Level waren wir auch schon. Trotzdem weiß ich es noch. Wir waren bis zum sechsten Level. Sonst würde der ja nicht die Sechs stehen. Mein Bär hat gerade gefluckt. Sonst geht's. Oh, springen beide Bärtegler bei mir rum. Wie kommt denn das? Okay, ich habe fand ich geguckt. Was müssen wir machen? Tödliiing! Ja, für dich Blue. Lass den Scheiß! Aua! Geh mal weg? Ja, ich brauche nichts. Naja, das habe ich mir auch noch... Ja, stell dir mal ein Blaues Portal. Ne, das geht ja gar nicht. Doch! Ja, was ist denn das Blaues Portal? Ah! Yay! Yay! Aua! Warum laufe ich hier eigentlich so schwul? Das wird mir nicht gefallen. Boah! Lass mal bitte wieder die Dinger tauschen. Ne, ich bin ja auch... Ne, du bist da rein. Ne, ist ja okay. Ne, ich habe mich gerade gewundert. Du kannst ja bei dir geguckt. Hey! Hallo! Oh! Aua! Okay! Das sind diese coolen Türme aus Half-Life 2, die modifiziert wurden. Ja, das weiß kaum einer, weil sich keiner Schlussfolgerungen konnte. Es sind einfach nur die fucking Türme aus Half-Life 2! Mit einem neu verdammten Skin! Wieso kommt da keiner drauf? Es ist vom selben fucking Hersteller! Jedes Mal von Flav! Oder Valve! Oder wie auch immer! Es sind einfach nur fast modifizierte was auch immer! Ja, aber egal. Das sind... Tut das nicht für Sache. Ähm... Gehen wir mal oder durch? Nein, ich hab... Ne, ich komm wieder kurz hin. Ne, ich muss mal gucken, wie wird den Laser... Den Laser irgendwie einstellt hier. Warte mal! Ach, 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 ach! Warte mal, wie war das? Das war... Fuck! Das geht gar nicht. Wie ich mir kurz gedacht hab. Ja... Ach, doch! Ne, ja... Wo ist denn überhaupt hier das Dings-Dings? Das Dings-Mumps-Dings, ja. Ich glaub. Wo kommt denn das raus? Ah, hier! Ne! Tiiiihihi! Eh! STIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!!! Ok, das reich da noch mehr. Lerne f 뛰 ich einen Mal noch. Warte mal, wohin musst du das? Du musst das... Ja, wie muss.. Geht das... Das geht doch durch die Wand da, oder? Geh' doch durch die Wand, ey' hör' auf! Ich gl silverų, das geht durch die... Ah, sag's nicht nochmal liegen, ja... Ja, doch, das geht euch auch noch! Jetzt geh' durch die Wand! Da drülben, da drüben hab' ich doch schon ein Portal erstellt. Hier, okay. aber das bringt doch das bringt schon was der Luister schon ausgehen am stammt ach nee warte ich weiß es doch jetzt mach schießt schießt die Viecher hey nimm mir das Tier nicht an und weg er ist noch fertig nirgends und sohn wie dort hat man die Wiener oben ja wir wurden sonst wie wir sind und so kommen er ist dadurch ja ich mache wo ja das Haus deinem Land genau das ist immer doch wieder ohne mich zu trennen oder so was so ist Das reicht nicht. Ach, lass mal liegen, lass mal liegen irgendwie. Hab da eine ganz doof Idee, du. Warum? Ich hab's doch schon gemacht. Nein, das stimmt aber noch nicht so ganz. Aus dem einfachen Grund, weil... Ne, Moment. Da muss eins hin und wir brauchen ja vier Portale. Ne, das ist Quatsch. Du musst da schräg, dürfte. Ne, 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 ne. Da muss das hin. Da muss. Ach, ach, ach. Mach da mal dein Blaus eines Blausportalen hin. Und zwar so, dass es auch alles trifft. Genau. Yay. Hey, springt. Yay. So, dann springen wir mal die Tür. Komm auch mal hier hoch. Ja, warte. Ja, los, Beeilung. Ich bin einmal runtergefallen. Ja, das geht auch. Das hab ich schon später gesehen. Ich will nicht schwitzen sehen, auch wenn du ein Roboter bist. Keine Jüte. Dann stoß Öl aus. Keine Jüte, Schaß. Wer hat denn hier die Haken-Nase, hä? Ja, du. Was? Ja. Ja, das war, denke ich mal, die... Halt, 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 halt. Ja, so, wir müssen ja erst... Sie haben mich mit dieser kurzen Animation fertig, ja? Ja, erst mal Prost hier. Letzte Prost für diesen Brust. Neues Köstetzer. Hatten wir auch schon mal angeschaut. Ich staue mich die ganze Zeit auf den Hintern, du Depp. Ey, guck mal, die ganze Zeit hier. Ja, stimmt schon. Ja, wenn du so groß bist, du das. Ich werde mal... Das klingt hart, ich bin worden, muha, ha, ha, selbst virtuell schlag ich dich. Ich würde die Folge dies fühlen. Da, guck, lach dich aus. Hey, das ist nicht nett. Aber hey, ja, bis zum nächsten Part, ciao. Okay, bis.